Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich hab's geschafft! Pfft! Swartis im LP! Mal wieder! Ihr weitet euch nicht weiter aus, oder? So ganz zufällig. Ihr seid nach da weiter gegangen? Okay. Na, da könnt ihr auch weiter so, übrigens. Das wär auch ratsam. Wie viel brauche ich? 175? Ne, mach ich da ein Stonehenge. Und aus hier mach ich Salz. Fertility Boost... Was brauche ich für Salz? Ein Lesser Crystal Aspekt. Zack. Drauf damit. Und ihr wollt jetzt ne Universität basteln? Ja, wollt er. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhh... Du machst mir da mal bitte... W- ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das wär böse ausgegangen, ich sag's mal so. Ja, ich sag's mal so. Salami und Käse und trinke dazu Kakao. Ich find den immer noch so traurig, dreinblickend, so... Okay, okay, mein Leben ist schlecht. Du mir voll leid, der Typ. Und... Gib mir die Drachenfrucht! Das hat mich jetzt zurückgeworfen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm... Technologie... Food and Nature. Perfekto! Das hat mich aber auch nicht zurückgeworfen. Naja, wenn der mich nach da bewegt, dann kriegt der wieder mehr. So, zur Info. Guck da nochmal den Noble Aspect drauf. Ich kann ja. Ah gut, ich hab mich grad verguckt. Ich dachte grad... Hä? Egal. Zehn, drein... Es ist zwar nicht... ...so viel, aber hey... Übrigens... ...du kannst ja Tiere machen, ne? Wenn ich die Platz... ...da platziere und die mit in die Grenzen reingehen. ... ... Äh... ... ... ... Amadillos. Hm. Ja, okay, die 5 Food sind jetzt nicht das Problem, aber die Technologie, die machen mir Sorgen. Ähm... Warte, alle Pflanzen, die ich mit dem Toxic Aspect anhau... ... geben mir... ... den ganz... Natur dehnt sich aus. Breitet sich aus. Ähm... Ich probier mal was aus. An dir! Ich probier's an dir aus, weil wenn's falsch ist, dann betrifft's das Dorf noch nicht. Es ist bis jetzt erst mal nur ne Annahme. Ich mach... ... zack... ... pack den Potent... ... äh... ... den giftigen Aspekt drauf. Mach aus dir ne Drachenfrucht. Und dann pack ich den... ... äh... ... äh... ... schmarrn drauf. ... ... äh... ... äh... ... okay, das bringt mir an sich nur Tag. ... ... äh... ... 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 Da kann ich noch den Crystal-Aspekt drauf prügeln, für mehr Wealth und Arm. Ich probier mal was. AURORA STRAHL! Hm. So, da hab ich jetzt Crystal und Noble. Äh... ... 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 Ah, ich hab damit meinen Onyx grad verwässert. Muss ich mit leben, ne? Wobei, das war jetzt eigentlich blöd. Ja, das war ziemlich blöd. Denn das lohnt sich erst hier. Nennt mich Meister der Blödheit. Denn wenn ich dich da hin... Dann hab ich hier... Fünf Natura mehr. Wie schaut's aus? Geht ihr weiter nach links? Sie verbreitet euch grad gar nicht. Okay, das geht auch. Ach, jetzt werdet ihr langsam mal greedy. Jetzt wer- JETZT MAL! Helden! So, da mein Fertility-Boost drauf. Ich glaub, man braucht auch die 120 Minuten im Endeffekt, um die letzten Achievements holen zu können. Denn was nützt einem... Die 60 Minuten... Wenn man in den 60 Minuten leider auch nicht alles geschafft bekommt... Okay, in den 120 wird man... Ja, Universität... Lelele... Lelele... In den 120 Minuten wird man auch nicht alles schaffen können. Das ist mir sowieso schon klar, aber... Man wird mehr schaffen können. Mann, ich hab mir keine Milch reingemacht. Jetzt wollte ich grad... Kakaopulver trinken. Meister der Intelligenz! Huldigt mir! Aber man hat ja auch die Möglichkeit... Fried... Also, eine unendliche Ehre zu machen. Man kriegt zwar keine Achievements... Weil die sich da schon gedacht haben, das wär natürlich ein bisschen blöd, aber... Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn ich gutes Internet habe... Einen Livestream machen. Zu dem Spiel. Erinnert mich bitte an diesen einem Tage dran, sobald ich gutes Internet habe. Weil das werdet ihr sowieso mitbekommen. Da werde ich erstmal ein riesiges YouTube-Video in 1080p hochladen. Was 50 Minuten lang ist, was da nur... ... enthält. Jetzt hab ich's gesagt, ihr sollt's eigentlich auch machen, aber ich mach's lieber mal nicht. folgt... ... ... Ich... Euch ist das alles Jacke wie Hose. Jo? Euch ist... Euch interessiert das alles ja nicht... ... ... ... ... ... ... Ah, schon wieder gestartet. Startet vor allem. Da den Growth Aspect drauf, dann habe ich da nämlich den... ... die Agave. Das ist ein Agave. Was willst du? Give more attack if humans alerted because of my food on the patch. ... Für dich brauche ich mal einen Leaf Aspect, ne? Ja, brauche ich. Ich finde es toll, wie die hier einfach immer wieder die Symbiose da zerstören. Hm, wo wollen wir Sinbon? Da! Okay! Was? Ihr seid Quartz, ihr seid erste Stufe. Euch kann ich nicht mehr verbessern. Hier kann ich noch mehr Tag aufs Auge drücken. Und mit Wealth. Mit Wealth. Tech wärst du, ne? Ja! Dann drücke ich dir halt mehr Tech aufs Auge. Also... Das musst du... Wie viel bringst du eigentlich? Du bringst Add Wealth an Arm. Plus fünf Wealth. Ah, okay. Okay. Das ist besser. Fruit Aspect. Dafür brauche ich einen... Hm, ja. Forest Ambassador. Wie soll ich es schaffen, wenn ihr euch nicht weiter ausdehnt, meine Lieben? Ich kann euch zu einem Glück ja nicht zwingen. Wobei ich kann dich... Ach, meine Nase! Juuuuh! Ich kann dich da neu erstellen... Ach, das ist wieder der... Sporalische Lag? Oder... Framedown? Eigentlich sinken meine Frames auf Null und ich hab... ... kurzzeitig nicht zu tun. Ich weiß nicht, ob es nur an meinem Rechner liegt oder ob an dem Spiel... ... weil ja alle anderen Spiele laufen flüssig. Ohne Probleme! Saints Row Third läuft auch mit... ... 70 bis 110 Frames auf Ultra, also... Ne? Okay. Was brauchst du? Potent... Toxic Aspect or better? ... ... Äh... Jetzt fehlt mir... Gleich... Ja, tut's. Wenn ihr euch ausdehnen würdet vernünftig, dann... Ach, ich hab euch schon weiter ausgedehnt. Ihr seid bei 200 Prosperity. Finde ich lustig. Äh... 130, 139, ja. Ihr müsst euch weiter ausdehnen, meine Lieben, ansonsten passiert da nichts. Warte, du bist, wenn du neben einer Plante bist. Wie plant dich da mal in eine Plante hin? Ne? Achso, ich hab ja schon mal einen Dandelion. Aber ein bisschen Food kann ich schauen. Wie nah an Tiere, wenn du so nah an irgendwelchen anderen Planten bist. Lesser Leaves, lesser Fruits. Ja, ich kann sowieso nur die Erdbeeren machen. Die Strawberries? Die Strawbelly Kick? Aha, oh Gott. Meine Witze werden auch nicht besser, ja. Dir kann ich immer noch etwas aufs Auge drücken. Ich glaub, dir drück ich jetzt... Stop. Du gibst Pflanzentechnology. Dann gehst du da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Dann fack ich da Technology drauf. Ich muss mit dem geben, was... Äh... Ich muss mit dem geben, was ich erarbeitet habe. Äh... Ich muss mit dem arbeiten, was mir gegeben ist. Zum einen viel zu schmale Grenzen, aber hey, das ist... Das war dämlich. Ich... Wow. Ich hab nicht aufgepasst. Flatsch. Na, hab ich hier mehr... Tag. So. Dir kann ich noch mehr Wealth aufs Auge drücken. Und zwar mit dir. Du gehst dann da hin. Apple-Fried-Tandelion-Strawberry. Äh... Jaaaa... Mir fehlt der Lesser-Reaction-Aspekt. Das ist total dämlich. Ich darf so nicht mehr spielen. Also... Das klingt... ... blöd formuliert, aber... Ich darf in solcher Hinsicht nicht mehr spielen. Haha, nichts zu planen. Das ist so planen. Ihr müsst euch jetzt in Richtung einer Seite ausbauen. Ansonsten wird das nischt. Wie schaut's denn hier aus? Ihr habt da euren Spaß, ne? Na, ihr habt euren Spaß. Ihr habt euren Spaß in den Backen. Ich warte einfach mal... Ne, das will ich gar nicht... Ich will die einfach mal ein bisschen aufstacheln. Ich warte mal, bis die jetzt sich ausweiten. Ansonsten kann ich ja nichts mehr großartig was tun. Ich habe... Ach, die letzte Minute ist angebrochen. Ja... Ich habe nichts geschafft in dieser Folge eigentlich. Leg dich ruhig schlafen. Sei der Erste, der pennt. Dann haben wir jetzt wieder die letzte Minute... Und die haben sich aber schnell schlafen gelegt. Ach guck mal, wir haben doch nur zwei Errungenschaften geschafft. Wir haben eine Ära, äh, mit einem... Wüstendorf abgeschlossen, das 300 Prosperity hat. Und wir haben eine Ära mit einer Stadt, äh, mit einem Dorf, äh, abgeschlossen, das 150 Prosperity hat. Indem wir nur gepflanzen und mit Radien benutzt haben. Ähm... Dann würde ich sagen, jetzt kommt nicht mehr groß der, ähm... Der Achievement Screen, wie beim letzten Mal, sondern... Ich hoffe, euch hat das Let's Play so weit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Let's Play Reus! Bis dahin und tschü tschü! Und jetzt wird, äh... Vielen Dank.